Er hat ihm das Tor geschossen und er hat ihm gerade gesagt, jetzt bist du in unsere Fußstapfen getreten oder in meine und er hat gesagt, ja, Party, Party, da bräuch ich glaube ich nicht übersetzen. Jetzt ist er hier, der, ja, Zweitligameister-Interimstrainer, Mike Wüskens. Letzte Woche hatten Sie sich noch ein bisschen unter Kontrolle, heute waren da doch mehr Tränen zu sehen, zumindest irgendwie. War das heute nochmal so was, ein abgedrehter Abschlussbau? Ja, das ist ja, ich sag's ja zu den Jungs so, ne, die Reise mit den Jungs war einfach genial, aber um das E-Tüpfelchen drauf zu machen, musstest du heute hier deinen Platz verteidigen, hervorragend, wirklich, hat so viel Spaß gemacht mit den Jungs, weil wir haben alle gebrannt für dieses Ziel, geil. Es sind ja sogar mehrere E-Tüpfelchen, erster Tor von Sarasa aus 58 Metern, dann macht Tirode noch das 30ste, da ist ja gar kein Platz mehr in der Best-Off-der-Saison. Ja, ich glaub, Simon war ein bisschen unruhig, äh, Bülty wollte ihn, glaub ich, gefühlt in der ersten Halbzeit jeden Ball auflegen, da hab ich gesagt, tu mir einen Gefallen, Bülty, lass das sein, weil Simon macht sowieso noch seine Brüder, hat er die 30. Ja, für uns wunderschön, wirklich, unvorstellbar vor, weiß ich nicht, vor neun Spieltagen waren wir so weit weg und äh, ich kann mich nur bei allen bedanken, die, die diesen Weg mitgegangen sind und schau dir das an, die Leute uns unterstützen. Das ist die Energie, die wir, die wir ja so lieben, ne? Aber jetzt, müssen wir schauen, das eine haben wir jetzt abgehakt, jetzt müssen wir nach vorne schauen, das wird's schwer genug. Ja, schwer genug wird wahrscheinlich auch die Rückreise, fünf Stunden mit dem Zug und morgen dann noch Aufstiegsparty. Ich glaub nicht, dass du mit fünf Stunden rauskommst, weil, äh, Peter Knebel hat, glaub ich, einen Bummelzug organisiert. Ich weiß, ich weiß, du bist auch noch eine Straßenbahn, aber da ist auch alles egal, wir sind oben und da wollen wir hin. Komm, ich weiß, du willst feiern, ne? Mach mal, mach mal. Hat er sich auch verdient. Oh, er muss noch, eins muss er noch, okay. Heute fährt die Straßenbahn von Nürnberg.